hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft technik mit dem marco zusammen und tino ja heute wollen wir euch wieder neuen neues maschinchen aus crack tech vorstellen und zwar die industrial zentrifuge was die schönes kann was die schönes macht das erklären wir euch gleich erst mal ihr braucht 32 eu input konstant damit das teil sauber arbeitet ihr braucht empty cells und ja man kann viele schöne sachen damit machen nicht ja 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 was das haben wir euch mal oder was ihr da reinschmeißen könnt haben wir euch eben mal ein paar beispiele hier gegeben einmal magra cream dann kann man auch reinschmeißen sticky wissen was ihr von den gummibäumen bekommt dann zb endstone das und hydrogen zellen und hydrogen zelle und endstone das wollen wir euch mal zeigen was dabei schönes rauskommt ihr müsst natürlich wieder empty cells hier reinschmeißen bei den hydrogen zellen braucht ihr das nicht weil die sind ja schon in einer zelle drin und ja empty cells rein und dann fängt quasi die zentrifuge an zu arbeiten und ihr seht schon wir haben hier vier pfeile die quasi von dem das weg gehen und das heißt wir kriegen dann auch vier stoffe oder vier bestandteile kriegen wir raus vier bestandteile genau und zentrifuge ich weiß nicht wer jetzt nicht weiß was eine zentrifuge ist ja ist sowas vielleicht so ähnlich wie eine waschmaschine na ja das ist das womit die astronauten immer ärgern genau wo die sich reinsetzen müssen wo die dann komische gesichtsausdrücke kriegen ja oder ich sag wo ist jokogen glas oder so ja genau so aber was eigentlich wozu wir die brauchen oder benutzen werden in unserem let's play welche wozu die auch ganz wichtig ist ist die hydrogenzellen die benutzen wir dann um deuteriumzellen herzustellen weil die deuteriumzellen sind 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 sehr wichtig für den fusionsgenerator das ist nämlich ein bestandteil fusionsreaktor was glaube ich nicht generator ja fusionsreaktor es ist nämlich ein bestandteil was der braucht um zu laufen so und dazu hydrogenzellen genau und da seht ihr vier hydrogenzellen werden in einem durchgang verbraucht drei mtz werden ausgespuckt und eine deuteriumzelle so dauert natürlich ein stückchen wie sieht hier aus dauert auch noch eine ecke man und da so lange jetzt so aber egal da kommen wir ja fix mal hier rüber flitzen war genau weil hier drüben haben wir auch ein bisschen was noch aufgebaut haben einfach mal ein tank dran geschmissen mit lava dasselbe auch wieder stromversorgung 32 eu und ihr seht da füllt quasi einfach lava ein in die zentrifuge und die macht aus also da braucht ihr auch keine zellen keine empty zells und die macht aus der lava und zwar zwei elektrom ingot aus einem rundgang nimmst erstmal die hälfte weil jetzt haben wir schon einmal durchlaufen lassen ach so ja 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 also also ein aus einem einmal lava ne wie viel lava benutzt die 5 6 4 16 waren es 16 16 lava teile 16 lava teile macht die ein elektrum ingot 1 2 10 und 4 kupfer und ein tiny pile of tungsten dust so tiny pile of tungsten das da könnt ihr wieder aus vier stück könnt ihr dann wieder ein ganz normalen dust machen und den könnt ihr dann wieder eins schmelzen zu einem barren so zu einem ingot quasi so das schöne ist halt man kann aus lava kupfer zinn und elektrum herstellen das sind gerade zinn und kupfer sind schöne nebenprodukte finde ich bei der ganzen geschichte und das elektrum können wir noch mal ganz kurz reinschauen moment rips brauchen wir um ziemlich viele sachen herzustellen und zwar einmal für die kontaktion keuels dann für die energy cell frames man braucht es dann wiederum für die energy cell für die energy conduits genau und für das tesserakt auch ganz ganz wichtig richtig so dann kann man dafür da mit auch noch glasfieber kabel herstellen wir hier sie jetzt auch sehr schöne sache und was können wir noch machen das war es eigentlich so man kann es noch in die blade banding machine schmeißen dann kriegt man noch elektrum blades und ja ansonsten die sachen kann man eben alles draus machen richtig richtig cool das aus lava und davon ist reichlich starne brauchen wir nicht groß sammeln eine ender ein ender tank ins in den netter geschmissen und schon passt die ganze geschichte so hier ist gleich fertig super und ihr seht ja hier ganz ganz wichtig so na komm mach mal klick a jetzt so und jetzt kriegt man hier raus helium 3 zelle helium zelle und sand so und tanksten tiny pill of tanksten ach so und tiny pill of tanksten auch wieder genau so und jetzt hätten wir quasi schon beide bestandteile für den fusionsreaktor ne richtig also und zwar einmal die ja die he 3 also die helium 3 zelle und dann einmal die deuterium zelle und die deuterium zelle so jetzt könnte man schon unseren fusionsreaktor betreiben und das schöne ist man kriegt auch noch helium zellen raus und wenn wir dann mal ganz kurz rein schauen moment bei den helium zellen aus denen können wir auch einmal 60 k diese coolen zellen machen dann können wir illuminator draus machen und wir können aber wenn wir 16 helium zellen in die zentrifuge wiederum schmeißen kriegen wir wieder eine helium 3 zelle aus genau also praktisch praktisch ohne endadresse style muss man wirklich sagen high five bing low five ja hast du noch was zu sagen dazu oder nö nö haben wir eigentlich so ziemlich viel gesagt wie gesagt könnte man ein bisschen mit rumprobieren ganz billig ist das gute teil nicht aber es hält sich in grenzen würde ich sagen es geht vom preis her also ja zum craften ein bisschen was muss man schon sammeln so ist nicht also geht eigentlich weil du brauchst ja wo es drei feind eisen 2 advanced circuits 2 advanced machine blöcke und halt den extraktor und dann hast du den eigentlich schon genau also geht eigentlich geht ja kann man bauen ja so na gut alles klar dann danke fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten tutorial wieder und ja lasst uns einen positiven kommentar da wenn euch das video gefallen hat bewertet positiv und bis dahin tschüss tschüss wir sehen uns im nächsten mal wir sehen uns im nächsten mal